Das ist Magda. Magda ist Magenta-Kundin. Und für sie und alle anderen Kunden und Kundinnen gibt es jetzt neue Angebote für Familien. Und die funktionieren so. Magda möchte für ihr Kind einen Mobilfunkvertrag abschließen. Und zwar einen günstigen. Im besten Netz. Aber einen Bit mehr Gigabyte. Deshalb schließt sie auf ihren Namen einen weiteren Vertrag ab. Und bekommt eine SIM-Karte für ihre Tochter. Und ich brauche unbedingt ein neues Handy, Mama. Deshalb schließt Magda noch einen Vertrag ab. Den gibt es ab 25 Euro. Dafür gibt es ein neues Smartphone und 40 Gigabyte Datenvolumen. Und das finden dann auch ihre Eltern gut. Die noch einen teuren Vertrag bei einem anderen Anbieter haben. Obwohl sie doch zur Familie gehören. Deshalb schließt Magda auch noch Verträge für ihre Eltern ab. Mit unlimitiertem Datenvolumen. Und das um 22 Euro im Monat. Und das finden dann auch die besten Freundinnen von Magda gut. Deshalb werden sie auch Teil der Magenta-Familie. Obwohl sie genau genommen nicht zur Familie gehören. Und irgendwie doch. Und am Ende freuen sich alle in unserem besten Netz zu sein. Und das zu unseren besten Angeboten. Verbindet euch, wie nur ihr es könnt. Mit Magenta Family. Magenta. Verbindet euch mehr.